Ja, hilft ja nichts. So ein sturer Esel bin ich halt einfach nicht. Manfred, mein Entscheidungsspiel abnicken oder abkippen. Zwei symbolische Gegenstände. Du musst dich für einen entscheiden. Den nickst du ab. Den, den du nicht haben willst, den kippst du einfach ab. Okay? Los geht's. Ja. Manfred, bist du ein Träumer? Das ist so ein Traumfinger. Oder bist du ein Realist? Okay. Also ich denke, dass ich eher ein Realist bin. Deshalb würde ich das Träumer-Sache abkippen. Wie würdest du dich entscheiden? Party machen und tanzen gehen? Oder lieber einen Kuschelabend? Also eher lieber einen Kuschelabend. Ab und zu ist natürlich eine Party auch nicht schlecht. Aber der Kuschelabend würde ich mir vorzunehmen. Ja. Okay. Actionfilm oder eher eine Romanze? Okay. Also ich bin mehr der Actionfilm-Typ. Ja? Ja. Von dem her, die Romanze wird dann abgehen. Und wenn sie unbedingt was Romantisches gucken will? Ja, dann schaue ich schon mit O. Ja. Vielleicht ist er wirklich gut. Aber eigentlich? Eigentlich mehr Action, ja. Okay. Genau. Sissi kann runter. Ja. Ja. Auch in der schönsten Beziehung gibt es mal ein bisschen Stress. Wie sieht es dann aus? Bist du stur wie ein Esel? Oder brauchst du ganz schnell wieder die Versöhnung? Kommt auf die Situation drauf an. Wenn ich ganz sicher weiß, das ist richtig, was ich meine, dann werde ich schon auf meine Sache beharren. Aber im Großteil und Ganzen denke ich, kann man über alles reden. Durch das suche ich eher die Versöhnung und würde die Sture wie ein Esel abkippen. Bist du nicht so stur? Nee, ich glaube nicht. Was bist du denn, was bist du für ein Typ? Wirklich so ein harter Hund, cooler Typ, ja, das sind Eiswürfel. Oder bist du auch ein bisschen softy und kannst auch mal eine Träne vergießen? Oh, eigentlich eher sensibler. Hätte ich dich auch eingeschätzt. Ja, danke, danke. Okay, dann kippen wir die Eisklötze ab. Gut, einwandfrei. Ein Mann, der auch zugeben kann, dass er auch ein bisschen softer ist, das ist doch gut. Ja, hilft ja nichts. So ein sturer Esel bin ich heute einfach nicht. Manfred, vielen Dank, dass du mir hier dein Leben an diesem Tag gezeigt hast. Ich fand es ganz super. Ich bin wirklich beeindruckt, wie du mit deinen Tieren umgehst. Und ich drücke dir die Daumen, dass du mit deiner ruhigen Art auch die Frau für dich gewinnen kannst. Ja, danke, danke. Danke.